Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Genau, Sie rufen natürlich bei Devil May Cry an Devil May Cry, wo kein so ein Lauch mit einer Brille und ein Taugensauger kommt Sondern wo mächtige Hack'n'Slay Action der Unterbrechung richtig auf die Strasse geht BAM! Wir sind ein junges dynamisches Team Wir bieten massivste Work-Life-Balance und ganze zwei Obstkörner Verlösen wir jetzt in den Bielen! Nico, zack Ihnen unsere epischen Devil May Cry Van! Juhu, ich bin auf dem Weg! Nico, Vorsicht! Wir haben keine... Wir haben keine Unterbrechung viel mehr, LSB! Nein! Me-nehmer... Ne- Nico... Nichts passiert, nichts passiert, alles cool, alles cool. Gar nichts ist cool, was hast du gemacht? Wieso ist denn der Fall explodiert? Was passiert im echten Leben gar nicht? Was sollen wir denn jetzt? Was hätte ich denn machen sollen? Es war halt kein Parkplatz frei. Devil May Cry, jetzt auch CO2-Bertrollen. Na, weil wir doch den Azubi brauchen. Achso, ja, wir brauchen einen neuen Azubi. Komm zum Devil May Cry, weil da erlebst du was. Es ist ein sehr guter Job. Und vergleichsweise Risikoarm. Boah, hallo mein Arm? Hab dich mal nicht so, ich hab dir einen neuen gebaut. Risikoarm. So, ich hab mir gedacht, wo hast du den Führer oder irgendwas, das deine Männlichkeit nicht bedroht. Ey, wenn ich dieses Dinger hätte, ja? Äh, also so wie du mit den Dingern umgehst, will ich dir den neuen eigentlich gar nicht geben. Aber du, jetzt ist Verspannung kaum noch aus, oder? Oder? Also, tadaa. Boah, der ist ja massvoll. Und doch, bleibt dein Lenkumpfer unvermeidlich. Du wolltest nicht mal den richtigen Arm, du Schiffen. Warte, warte, schluss mal, schluss mal. Ich fühle mich nicht so groß. Jetzt. Hmmm. Br 잊ig . . .